Was ist eine Zwischenfinanzierung? Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ercan und das ist mein YouTube-Kanal Finanzen mit Ercan. Schön, dass du hier auf meinem Kanal bist und dich über das Thema Zwischenfinanzierung informieren möchtest. Wenn dir unser Video gefällt, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch unseren Kanal, damit auch du keine Videos mehr verpasst. Heute schauen wir uns an, was es mit einer Zwischenfinanzierung auf sich hat, wann diese genutzt wird und was du darüber wissen solltest. Wann kommt eine Zwischenfinanzierung in Frage? Meist kommt es hierzu, wenn ich eine Immobilie erwerben möchte, aber mein aktuell vorhandenes Geld nicht ausreicht. Das könnte auch daran liegen, dass ich meine bestehende Immobilie verkaufen muss oder auch mit einer höheren Aussage zu einem späteren Zeitpunkt rechne, also beispielsweise einem Erbe oder einer Lebensversicherung. Doch in den meisten Fällen wird die bestehende Immobilie verkauft. Die Dauer der Zwischenfinanzierung beträgt in der Regel 24 Monate, was in den meisten Fällen auch ausreicht. Die Konditionen sind bei Zwischenfinanzierungen meist schlechter als beim normalen Darlehen. Du zahlst in dieser Zeit auch nur die Zinsen. Aus diesem Grund ist diese Art der Finanzierung auch etwas teurer, als man es sonst kennt. Dieses Extra-Darlehen kannst du zu jeder Zeit voll ablösen. Schauen wir uns hierzu mal ein Beispiel an. Gehen wir davon aus, dass du dir damals eine Wohnung gekauft hast und du dir nun ein Haus für dich und deine Familie kaufen möchtest. Die Wohnung hast du damals für 300.000 Euro gekauft. Durch die abbezahlten Jahre hast du nur noch eine Restschuld von 180.000 Euro. Der Wert der Immobilie ist in der Zwischenzeit natürlich gestiegen. Wir gehen jetzt mal von 450.000 Euro aus. Wenn du als Käufer beim Kauf des neuen Objektes nun einkalkuliert hast, dass du ca. 180.000 Euro in die neue Finanzierung mit einbringen möchtest, welches du aber noch nicht hast, da die Wohnung erst verkauft werden muss, wird die Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen. Und wenn der Zins für die Zwischenfinanzierung bei beispielsweise 4% liegt, dann hast du eine monatliche Rate in Höhe von 600 Euro für diese Zwischenfinanzierung. Man könnte mit dem Hauptdarlehen etwas variieren und die Tilgung je nachdem auch etwas später starten lassen, um die Rate niedrig zu halten. Die Zinsen für eine Zwischenfinanzierung können je nach Bank auch für 12 Monate festgeschrieben werden. Was passiert, wenn ich die Wohnung innerhalb der 24-Monatsfrist nicht verkaufe? Es kommt äußerst selten vor, aber manche Objekte sind schwer zu verkaufen, aus den verschiedensten Gründen. In den meisten Fällen liegt es aber am zu hohen Verkaufspreis und oder dem Zustand des Objektes. Es kommt nicht oft vor, es ist aber wichtig, dieses Worst-Case-Szenario einzukalkulieren, damit du keine Probleme bekommst. Wichtig zu wissen ist, dass nicht jede Bank eine Zwischenfinanzierung anbietet, da der Aufwand natürlich auch hier sehr hoch ist. Hast du weitere Fragen zum Thema Zwischenfinanzierung, dann schreib uns deine Frage in die Kommentare. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Abonniere auch unseren Kanal, damit auch du keine Videos mehr verpasst. Folge uns auch auf Instagram, damit du von täglichen Finanztipps profitieren kannst. Bis zum nächsten Mal.